westlichen ohrgleichen vor und auch die häuser bei den häusern gibt es immer ziemlich viel hier fallte gothic veteranen sollten alle leute bekannt sein außer der kerl hier was der macht weiß ich auch nicht aber der muss echt mal noch ein bisschen was essen damit der große stark wird wie dort die gohre dort die gohre mit seinem geilen schnauze ein bisschen aus wie hitler deutschland die absolute zerstörung ok ok was haben wir noch diese er genau by the way diese ganzen sachen die ich gerade aufsammeln können wir alle noch nicht benutzen weil wir einfach zu schlecht sind hier zum beispiel hier brauchen wir schwere armbrust skills das haus gehört dem ich mach mal hier eben speicher mal eben eine runde so und jetzt snacken wir uns hier mal das ganze zeug raus wenn es überhaupt irgendwas geben würde aber ein puls an einem pult ist ein gothic eigentlich auch ein risen nichts neues ja ab und so steht da nichts neues aber manchmal findet man auch ganz nützliche sachen irgendwelche speziellen informationen oder so also ist ganz nützlich haben wir sich diese ganzen pulte was heißt die mehrzeit von pult pulte pult ne ich würde schon sagen ein pult zwei pult pulte pulte doch rohestahl haben wir hier holzschild eine helle bade schatulle hier haben wir zwei bögen paar schwerter so eine truhe mit einem breitschwert also das ist ein schmiedeplan von breitschwert können wir uns gleich mal angucken ich weiß gar nicht was man dafür braucht war das alles schon so lange her so einfach mal hier alles snacken ein haus das weiß ich noch ist ganz besonders wichtig durch so eine hütte ganz am ende vom dorf da ist nämlich das rezept drin für heiltränke was mega wichtig ist weil ohne heiltränke gibt es halt nichts zum heilen ja hört sich unlogisch an ist aber so alles klar mal gucken was braucht man dafür also man braucht erst mal 120 stärke ich brauche schnapps also was sind bitte das okay egal wolfswehr ok ja sollte man besorgen können können unsere waffen schleifen nein ok nein das war noch meine aussage so ich behalte das mal wenn ich meine brauchst es ja nicht mehr lieber sklave so was haben wir hier hinter der erst mal erst mal hier den schinken natürlich und die kelle ganz wichtig und das haben wir unter der theke wein und brot hammer nice ich möchte ohne witz jungs mädels wer auch immer zuschaut ich bin gerade mega happy ich habe richtig bock auf das game wenn ich mal wieder so ein richtigen rollenspiel giganten mal wieder anzocken wunderbar ich sag's euch dann müsst ihr in den kommentaren ab und zu mal unter die arme greifen weil das spiel ist glaube ich auch mega verwirrend wenn man einfach so viel machen kann ich habe noch mal ein pult uninteressant nach halle im maul für der genius den wir haben er weiß nicht alles nein nicht ins bett legen truhe da regnet es glaube ich rein sollte mal der dachdecker ans werk ja muss man echt wir haben muss eben aufpassen was man so rum erzählt ja genau die 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 farbe der namen zeigt übrigens sich die vorher sagen halt die gosh zeigt einem übrigens an wie sehr so wie sehr die anderen leute an mögen hier oben steht nämlich ganz viele fläschchen was mega gut ist weil die braucht man eben für die heiltränke ist eine alchemisten hütte komm schon komm schon gib mir das fläschchen dankeschön die häuser sind irgendwie alle ein wenig unsicher aber gut wir sind ja männlich so interessiert uns ja nicht jetzt auch ein fläschchen was haben wir hier buchständer höchständer hier steht was über alchemie so seht ihr alchemie plus drei deswegen ist immer sinn nein nicht ins bett hat er nimmt die truhe deswegen ist es immer sinnvoll sich diese lese dinge anzuschauen und hier ist im heiltrank aus heilpflanzen herstellen haben wir noch schwarzer rober ein fläschchen die triche und ausdauertrank und ich würde sagen wir packen jetzt gleich mal unsere med alchemie skills aus und braunen das ein oder andere tränkchen dafür brauchen wir wasser heilpflanzen und fläschchen wir haben natürlich keine heilpflanzen dazu fehlen mir die zutaten fick dich aber wie schon gesagt das haben wir das rezept das ist schon mal ziemlich gut dass wir das haben und ja ich würde eigentlich übel ganz nach hinten laufen mal gucken was da ist werde ich gleich mal machen weil für mich ist es ein stück weit blind wie schon gesagt ich habe es früher eine zeitlang gespielt aber ich habe mich halt nie wirklich damit befasst und ich meine das ist ja so ein riesiges 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 spiel ich glaube da muss man einfach eine gewisse zeit rein investieren um da den kompletten spielspaß rauszusaugen und ja das werden wir einfach im laufe des displays so gut wie geht probieren und ich glaube wir sind durch wobei den da holen wir uns noch den späher man hat übrigens keinen begrenzten inventarplatz wie beispielsweise bei skyrim was ich ziemlich gut finde weil ich finde das regt übelst auf ich liebe es einfach alles mitzunehmen egal wie sinnlos und unnützes einfach nur ist einfach mal auf den hocker setzen das ist ein rollenspiel da kann man das es bringt zwar einfach gar nichts und sieht megamäßig behindert aus aber man kann es ich kann zurzeit nichts herstellen kochrezept ihr seht schon man kann einiges machen mach mal hier ein auf lecklicher Arsch wie bei assassin's creed jungen so jetzt komm schon wird das dach lasst mich dann halt nicht so sehr schön ok ich will jetzt kurz nach da hinten gehen aber ich speichere davor erst noch weil speichern ist immer wichtig speichern der drache guckt übrigens ein bisschen komisch der wirkt voll fröhlich ok was haben wir hier kann man was mitnehmen komm schon hier kann man das mitnehmen ich weiß es doch vor allem muss ich auch sagen hat mich früher dieses haben will ich vor allem hat mich früher auch irgendwie fuck da habe ich ihn getroffen ach verdammt wir machen noch ein bisschen zu wenig schaden mit dem bogen früher habe ich das auch immer ein bisschen abgehalten dieses spiel zu spielen weil wie schon gesagt das mega zeitintensiv ist und da ich ja eigentlich von dem let's play täglich oder alle zwei tage mal schauen da ich ja ein paar draushauen will werde ich ja in gewissermaßen gezwungen das spiel mal ein bisschen weiter zu spielen und nicht immer nur so anzufangen und dann nach nach zwei stunden irgendwie zu sagen nee ich hab keinen bock mehr ähm ich denke mal es hat sicherlich alles seine positiven seiten hier und ja wir sammeln hier einfach mal die pflänzchen auf herrscherkraut hört sich wichtig an und da hinten ist ein leuchtturm und was ist denn in dem drin das interessiert mich doch jetzt schon wieder im hingrund sieht man übrigens hier die welt aufbaut das spiel ist auch schon ein wenig älter aber dafür finde ich die grafik echt noch mega fett ich liebe auch diese welt in gothic wie schon gesagt da ist einfach überall was okay hier ist zum beispiel eine heilpflanze ja oder die flammenbär oh scavenger ähm ne auf jeden fall gerade zum beispiel sowas wie der leuchtturm da hinten okay das ist verdammt hatte mir nicht schlecht ähm das ist einfach cool das ist einfach ähm das ist einfach wie soll man das sagen das ist einfach da ist überall was in der welt egal wo man hinläuft hier haben wir ein rohes fleisch das können wir nachher am lagerfeuer braten dann wird uns das glaube ich ein bisschen mehr leben regenerieren wie davor oh wen haben wir da hinten speichern und genau das ist das geile an so einem spiel da ist einfach überall was überall geht irgendwie was überall gibt es eine kleine quest die eine geschichte erzählt wir schleichen das jetzt mal ran so lecke ninja so nehmen wir die zauberwurzel mit dir werde ich's zeigen okay das sind bad boys aber wir sind natürlich die laufschlampe hol ein schwert raus du bengel so weg die sau so pam so macht man das so erstmal das zeug nehmen und sie das schwert haben sie dabei halunke eintopf lecker und gold natürlich auch lecker so lecker gold halt sein kann morgentau so wo ist der dritte da ist er wie wir den erlegt haben leck mich am arsch kein schnittchen hatte der gute mann so eisenhalm und hier ist ein trüchen zu schwer ich bin zu schlecht fick dich okay dann müssen wir das schlösserknacken noch lernen auf jeden fall haben wir sie kaputt gemacht ist doch schon mal was und jetzt endlich mal hier zu dem leuchtturm das ist eine blutfliege ich hasse blutfliegen die muss sterben boah geil one hit deck mich am sack gleich mal ausnehmen momentan haben wir auch noch keine mighty jagd skills okay der scheint nett zu sein deshalb können wir den viechen leider auch teilweise noch gar nichts abnehmen aber das werde ich auf jeden fall noch ändern weil ich will mir so eine so einen bogenschützen zusammenstellen weil ihr habt ja gesehen der bogen macht euch relativ viel schaden und ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor so hallo jack na mein jung unterwegs zu großen abenteuern sicher ähm äh schönen turm hast du hier ne also schönen turm hast du hier hammer ja für einen alten seebären wie mich genau das richtige ist aber eine gefährliche gegend das sag ich dir diese halunken sind überall ah ok sie lassen einem alten seemann einfach keine ruhige minute ich denke mal die halunken machen dir keinen ärger mehr weil wir die gerade geplattet haben die halunken machen dir keinen ärger mehr ich wusste du würdest mir helfen mein jung ich hab nicht so viel was ich dir geben kann aber nimm dies als dank halt die ohren steif steif ok ähm hast du orcs gesehen hast du orcs gesehen um himmels willen ich hoffe die haben besseres zu tun als einen alten mann zu erschrecken siehst du wie der so hinterm haus hervorkommt und probiert so übel schlecht probiert zu